Yo Leute, zurück bei Red Faction Guerilla und was ist hier los? Äh, Moment. So, hier müssen wir lang. Was ist da los? Was für eine Kreatur? Was denn für eine Kreatur, Mann? Oh, scheiße. Der ist tot. Bats. Ich finde ein bisschen schade, dass das dann ausgeht. Hätten sie sich auch irgendwie ein bisschen, äh, ja, an Crisis halten können. Alter, da hat man ja Übelpunkte bekommen jetzt. Weil, äh, bei Crisis gibt's ja auch diese, diese Leuchtfackel ganz am Anfang. Crisis kommt übrigens auch noch. Ah, ich hab den Erfolg freigeschaltet. Crisis kommt übrigens auch noch. Wann, weiß ich nicht. Aber es kommt auf jeden Fall noch. Einfach, weil ich da tierisch Bock drauf habe, das auch nochmal irgendwann zu Let's Playen. Ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, dass Crisis so das übertrieben gute Spiel ist. Aber, es ist auf jeden Fall so ein kleines Stück Grafikgeschichte, könnte man. Würde ich jetzt fast behaupten. Und, ähm, genau aus diesem Grund und keinem anderen würde ich das mit euch gerne mal spielen. Okay, Katzi. Unsichtbar ist, hab ich das gerade richtig gesehen, ja? Muss ich jetzt nicht haben. Ich hasse unsichtbare Monster. Komm, Abflug, du Stinker. Ach, dieses Ding verbreitet diese Toxic-Scheiße hier. Was ist denn mit dir los? Abflug. Hier, kriegst du Druckwellen ins Gesicht. Also, hör mal. Was erlaubt sich denn das Vieh hier? Ich muss hier irgendwas machen. Irgendwas reparieren mal wieder. Nimm's. Was? War hier noch eins. Och, da war noch eins. Another one. Rektor. Wie, das macht dem nix. So. Down. Ach so, ich kann ja auch hier rauf gehen. Ja gut, das sollte ich dann vielleicht mal in Angriff nehmen. Genau. Wahrscheinlich. Ich schieße einfach die ganze Zeit durch das Gitter. Lieber mal vorsichtshalber hier direkt die Repariertaste drücken. Was liegt denn hier? Ich weiß es nicht. Reparier! So. Geht doch. Weiter geht's. Jetzt haben wir ja auch mal ein bisschen Licht. Ah, komm. Oh, hier. Diese Dinger sind auch wieder miserabel. Ah, Abflug. So. Tschüss. Na? Warum geht der jetzt nicht down? So. Da gehen wir natürlich noch nach unten. Wenn hier noch Barschrott ist, ist ja klar. Den müssen wir ja einsammeln. Da sind wir schon so ein bisschen Barschrott geil. Anstatt Geld geil. Müssen wir hier Schrott sammeln. Ich habe noch gar nicht den Raketenwerfer benutzt. Aber ich muss auch sagen, irgendwie gab es jetzt noch nicht so den Grund. Ich glaube, für den Raketenwerfer braucht man einfach was viel Gewaltigeres. Zum Beispiel einen großen Endboss. Hö, ein bisschen hin. Den Korporal finden. Nö. Ich folge einfach mal. Ah, hier. Okay. Rein da. Cutscene? Nö. Aber. Barschrott. Her damit. Danke sehr. Nahenergie. Oh, guck mal. Schön, was man hier findet. Munition. Und ein Toter. Ach, schade. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie so ein kleines Easter Egg oder sowas. Wenn man das da jetzt repariert. Aber. Gab es nicht. Ah, da hätten wir jetzt eigentlich eine Rakete reinballern können. Aber okay. Kriegen die halt sowas. Warum kann ich den nicht abschießen? Ah. Ja, genau. Hallo. Okay. Okay. Der ist blatt und der Stein fliegt raus. Okay. Wir müssen da hin. Und auch nicht schon wieder. Sollen wir einfach mal. Oh. Ich dachte, der lädt vielleicht auch einen Moment auf. Tja. Tja. Ähm. Dann war das Vieh jetzt wohl erledigt. Rennen wir mal schnell weiter, bevor wir noch mehr von den komischen Dingern spawren. Oh, das geht, aber dann zerplatsen die. Ah, shit. Da war ich nicht schnell genug. Nein. Oh Gott. Ich dachte, ich würde jetzt ganz runterfallen. Uncool. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir kriegen wieder mal Barschrott. Das ist dann wiederum ganz gut. Haben wir hier irgendwas, was wir... Ist denn mit dir los, Junge? Geh doch weg. Okay. Och Mann. Warum kommen die denn immer... Ah, guck mal an. Das ist ein Lenkraketenwerfer. Bars. Bars. So. So. Natürlich erstmal... Hä? Wieso repariert denn der das hier nicht? Jo. Und wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, jetzt geht's. Okay. Okay. Ach, ne. Hier ist schon wieder einer von diesen... Doch nicht. Hat jetzt nicht so viel gemacht. Muss... So, jetzt endlich. Alter. Alter. Da waren aber die anderen Waffen... Effektiver. Mann. Hört auf. Okay. Ich bin eindeutig zu langsam mit dem... Scheiß Raketenwerfer. Abflug. Schade. Ich dachte, der Fels geht vielleicht kaputt. Hätte halt so gut ins Bild gepasst. Wieso hat den das jetzt nicht getroffen? So. Und reparieren. Ja, am besten auch die Treppe, damit ich da hoch kann. Hier gibt's Waffen. Hier gibt's Waffen. Ähm. Ich überleg gerade, ob ich was anderes mitnehme. Ich glaube... Na, ich glaub, wir sind eigentlich recht gut ausgerüstet. Mehr als ein Massaker. Oh. Viele Gegner. Alter. Wollen die jetzt hier Horror mit reinbringen, oder was ist da los? Oh, shit. Das Nest ist da hinten. Ich will mich eigentlich verbessern. Geht das? Oh, das geht. Ha. Geil. Ähm. Dann wäre ich für... Das Kraftfeld. So. Schutzhülle. Mit X aktivieren. Ach so. Ich dachte... Ich dachte eigentlich, dass das Ding... Äh. Oh, shit. Falsche Waffe. Äh. Dass das Ding hier dann irgendwie mir folgt. Oh, Mist. Oh, das ist so ein Dicker. Sicher jetzt erst. Mach das scheiß Nest kaputt. Oh, oh. Das lief jetzt gar nicht gut. Warum macht denn dieses Ding kein Schaden? Kann doch nicht sein. Geil. Da ist noch ein... Äh, äh, Nest. Netz, sag ich schon. Was will er jetzt? Abflug. Und meine Stimme ist gerade richtig im Arsch. Fragt mich nicht, warum. Ich kann es euch nämlich nicht beantworten. Geh weg. Genauso wie du. Ah, endlich. So, und jetzt bist du dran. Und wir haben gar keine Muni mehr. Abflug. Okay. So, aber ich hätte jetzt schon gerne neue Muni. Deswegen werde ich nochmal... ...den Weg zurück aufsuchen. Und hier sind aber noch nicht alle Gegner tot. Da war Munition. Okay. Das Barschrott. Füßelchen hier. Nehmen wir auch noch mit. Reparieren wir mal eben alles ein bisschen. Nachgeladen. Ach, so einer. Tschüss. Okay, wir müssen hier lang. Okay, dann gehen wir auch da lang. Und gucken mal. Da unten ist Muni. Die nehme ich mit. Au, und Barschrott. Und eine Audioaufnahme. Chronist 17 von 40. Oh, hier fehlen erstmal Stufen. Was ist da denn los? Was schießt denn hier auf mich? Ach, wieder so ein unsichtbarer, ne? Ja. Oh, scheiße. Jetzt war er schon weg. Oh, jetzt hatte ich gerade diese scheiße Welle nicht. Oh, mehrere. Ich glaube, der eine ist erledigt. Der da. Ja, der ist erledigt. Und der ist auch erledigt. Na, wunderschön. Da kann man auch nichts sagen. Schön erstmal hier alles reparieren. Ah, hier ist noch einer. Wo ist er denn? Da. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mit dem Raketenwerfer vorgehen. Wow. Abflug. Oh, kann es sein, dass er gerade einfach in die Luft geflogen ist. Dann sollte ich vielleicht den Raketenwerfer öfters für die Viecher benutzen. Ist natürlich riskant hier in der Höhe. Weil er dann in der Boden hier weggesprengt wird. Aber. Man muss ja auch sagen, dass. Ah, da war noch Barschrottscheiß drauf. Die Brücke ausfahren. Okay. Machen wir das mal. Da war aber auch noch ein Gegner. Den kann man bestimmt noch ausschalten. Da ist er. Ha. Oh, da kommen schon die nächsten. Aha. Den hat es ja wohl erwischt. Okay, hier sind gerade keine. Kam gerade so rüber. Ja, ich denke mir auch manchmal, ob es noch langsamer geht. Geh weg. Ich wollte auch jetzt am Wochenende, beziehungsweise... Ja doch, hier ist jetzt erst am Wochenende. Weil wir erst... Wir haben zwar heute schon Freitag, weil wir in der Nacht sind. Aber, ähm... Freitag ist ja noch nicht grundsätzlich Wochenende. Deswegen, ähm... Wir, vor allem. Ich wollte am Wochenende mal, äh... Gucken, ob ich mir nicht mal ein Xbox-Spiel wieder zulegen soll. Beziehungsweise was. Und, ähm... Ja, ich wollte einfach mal gucken. Also, wenn ihr das seht, ist das wahrscheinlich eh schon circa eine Woche her. Aber ich wollte halt einfach mal, äh... Wieder irgendwas auf der Xbox spielen. Ich hab zwar ein paar recht gute Spiele. Aber, naja... Die sind jetzt vielleicht nicht so super zum Let's Playen. Ich würde mal sagen, ich mach jetzt erstmal einen Schnitt. Ich seh schon, wir sind wieder über 15 Minuten. Bis zum nächsten Part. Und, wenn's euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bis dahin. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.